Wie wählt man die richtigen Social-Ads-Kanäle für sein Unternehmen aus? In dieser Folge hier erfährst du mit welchen drei simplen Schritten du schnell herausfindest, ob ihr bezahlte Werbung am besten auf Facebook, Instagram, LinkedIn, Google, YouTube, TikTok oder vielleicht auch auf einem ganz anderen Kanal schalten solltet. Bleib einfach dran! Ja, zum Start mal eine kleine Geschichte hier aus dem Nähkästchen. Wir haben ja in unserer Agentur zum größten Teil Kunden aus den Bereichen IT, Software, Software as a Service, Technologie oder eben auch Beratungsangeboten. Aber aktuell haben wir auch einen Kunden bei uns mit einem Endkonsumentenprodukt, dem wir wiederum dabei helfen, dieses Produkt an Händler und Produzenten zu kommunizieren, die es dann weiter verarbeiten. Und zwar machen wir das ja klassischerweise durch LinkedIn-Ads plus einen Content-Funnel, der dann folgt. Und ja, ganz offen und ehrlich, ich stelle hier fest, dass unsere Methodik bei diesem Endkonsumentenprodukt einfach nicht so gut funktioniert, wie ich es von unseren IT, Tech, SaaS und Beratungskunden gewohnt bin. Obwohl wir schon echt viel ausprobiert haben, verschiedene Ansprachewinkel, verschiedene Lead-Magneten, wir hatten sogar einen physischen Lead-Magnet, wir haben Kampagnenformate ausprobiert und so weiter und so fort. Und dann habe ich mich natürlich hingesetzt und habe analysiert, woran kann das liegen? Also warum ist das so? Und da ist mir die Wichtigkeit dieses Unterschiedes zwischen dem Problembewusstsein und dem Lösungsbewusstsein bei potenziellen Kunden nochmal super, super, super klar geworden. Und das ist im Prinzip genau auch der Unterschied zwischen dem, was der Marketer Demand-Generation und Demand-Capturing nennen würde. Wir gehen da gleich noch tiefer drauf ein. Und was ich dann erkannt habe, ist, dass hier bei diesem Kunden, wo wir eben dieses Endkonsumentenprodukt kommunizieren, dass da wohl einfach kein Problem-Market-Fit vorliegt. Also, dass sozusagen das Problem, das wir ansprechen, in dem Markt der Zielgruppe, die wir ansprechen, dass das dort einfach noch nicht auf dem Level vorliegt, wie wir es eben kommunizieren in unserer Kampagne. Was das genau bedeutet und wie wir das aufdröseln können und wie du das dann auch für dich erarbeiten kannst, das siehst du jetzt gleich. Denn genau diese Faktoren hier, die werden dir jetzt gleich auch sehr stark dabei helfen, schnell und einfach rauszufinden, welcher Social-Ads-Kanal und dann auch mit welcher Anspracheart für euer Produkt und für eure Zielgruppe am besten geeignet ist, damit das Ganze dann natürlich auch für euch am Ende gut funktioniert. Also, gehen wir es Schritt für Schritt durch. Der erste Schritt, um herauszufinden, welcher für uns der richtige Social-Ads-Kanal, also welcher der richtige bezahlte Werbekanal ist, ist die Bewusstseinsstufe unserer potenziellen Kunden, unserer Zielkunden, unserer Leads zu identifizieren. Die Frage, die du hier stellen musst, ist, haben deine Zielkunden nur ein Problembewusstsein aktuell oder haben sie bereits ein Lösungsbewusstsein? Das heißt, haben sie einen Schmerz, den sie wahrnehmen? Nehmen sie das Problem wahr? Haben sie ein Weg-von-Bedürfnis, dass sie gerne loswerden würden? Haben sie vielleicht ein Hinzu-Bedürfnis, sozusagen die Problemlösung, die sie gerne hätten? Oder haben sie auch bereits ein Lösungsbewusstsein, sind sie also schon eine Bewusstseinsstufe höher und wissen bereits, dass es eine potenzielle Lösung für ihr Problem gäbe? Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Entweder ich weiß, ja, ich habe ein Problem, das ist scheiße, das würde ich gerne loswerden. Oder ich bin schon einen Schritt weiter und weiß schon, dass es da draußen im Markt entweder eine oder mehrere Lösungen gibt, wie zum Beispiel dann natürlich eure, die mir dieses Problem lösen kann. Das ist Schritt 1. Und im zweiten Schritt nehme ich mir diese Erkenntnis, ob es eben ein Problembewusstsein oder Lösungsbewusstsein bereits gibt und identifiziere das Nachfrage-Level. Das heißt, Fall 1 ist, wir sind noch auf der Problembewusstseinsebene. Was dann passieren muss, ist die sogenannte Demand-Generation. Also, wir wollen Nachfrage nach unserer Lösung überhaupt erstmal kreieren. Wir wollen dann erstmal im nächsten Schritt natürlich dieses Lösungsbewusstsein, im Optimalfall mit dem Fokus auf unsere Lösung, überhaupt wecken. Und dieses Lösungsbewusstsein, das wecken wir durch das, was wir uns gleich im dritten Schritt angucken. Aber wichtig, wenn wir im ersten Schritt festgestellt haben, wir sind noch auf der Ebene Problembewusstsein, dann ist hier Schritt 2, Demand-Creation. Wenn wir im ersten Schritt festgestellt haben, dass unsere Kunden bereits ein Lösungsbewusstsein haben, da also schon einen Schritt weiter sind, dann machen wir keine Demand-Creation, die besteht dann ja schon, sondern wir machen sogenanntes Demand-Capturing. Also, wir fangen sozusagen die Nachfrage, die es da draußen schon gibt, die vorhandene Nachfrage, die fangen wir ein und wollen sozusagen die vorhandene Nachfrage zu uns leiten. Das heißt, Schritt 2, entscheiden, machen wir Demand-Creation oder machen wir Demand-Capturing, um sozusagen uns der Antwort anzunähern, welcher ist für uns der richtige Ads-Kanal. Ja, und dann im dritten Schritt, wenn wir uns darüber bewusst sind, machen wir jetzt Demand-Creation oder Demand-Capturing, dann wollen wir natürlich darauf basierend den richtigen Ads-Kanal auswählen. Angenommen, wir wollen Demand-Creation machen, dann sind solche Plattformen wie Facebook-Ads, LinkedIn-Ads, TikTok-Ads, kalte YouTube-Ads eine wunderbare Möglichkeit. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, aber was denn jetzt? Machen wir jetzt Facebook-Ads, machen wir LinkedIn-Ads, machen wir TikTok-Ads, machen wir YouTube-Ads? Und hier ist natürlich, ja, der ganz wichtige Faktor, auf welcher dieser Plattformen ist deine Zielgruppe unterwegs? Welche Plattform nutzt sie? Wo ist sie anzutreffen? Also zum Beispiel in unserem Fall oder auch in dem Fall der allermeisten unserer Kunden ist es halt so, das ist ein B2B-Markt, das sind Geschäftskunden am Ende und da treffen wir natürlich perfekt diese Zielgruppe auf LinkedIn an. So, wenn es jetzt ein B2C-Produkt oder sogar ein D2C-Produkt wäre, wo die Zielgruppe vielleicht eher 21-jährige Studenten sind, die ein Lifestyle-Produkt von uns kaufen sollen, dann kann sich natürlich sowas wie TikTok viel mehr lohnen. Wenn unser Angebot vielleicht eines ist, das sich an Solo-Selbstständige, Coaches, Trainer, Berater etc. richtet, dann sind YouTube-Ads wahrscheinlich eine gute Möglichkeit, weil diese Zielgruppe eben gut auf YouTube anzutreffen ist und dort unterwegs ist. Wenn es sich um eine ältere Zielgruppe handelt, sagen wir mal 40, 50, 60 plus, dann ist Facebook auf jeden Fall eine super Möglichkeit. Dementsprechend bei diesen Plattformen Facebook, LinkedIn, TikTok, YouTube haben wir die Möglichkeit im Feed den Leuten überhaupt erstmal unsere Lösung anzuzeigen beziehungsweise ihnen zu zeigen, dass es für ihr Problem auch eine potenzielle Lösung gibt. Wir erinnern uns, unsere Kunden haben in dem Fall hier bisher nur ein Problembewusstsein. Das heißt, wir müssen erstmal Demand-Creation machen und das machen wir dann eben auf diesen Plattformen, wo wir in Feed Social-Ads anzeigen können. Wenn wir im vorherigen Schritt festgestellt haben, dass wir nur noch Demand-Capturing machen müssen, also dass es schon ein Lösungsbewusstsein gibt, dann würde man klassischerweise zu so einer Plattform greifen, wie natürlich Google Search. Google Search, super, weil wenn es schon ein Lösungsbewusstsein gibt, dann fangen natürlich auch die Leute an, bei Google nach Lösungen oder nach konkreten Lösungen, vielleicht sogar noch konkreten Produkten etc. zu suchen. Kleiner Zusatztipp hier noch, das Ganze funktioniert nicht nur mit der Google Search, sondern auch zum Beispiel mit der Microsoft Bing Search. Hier ist es so, dass viele in größeren Konzernen oder Großunternehmen ja das komplette Microsoft-Universum nutzen und dann häufig automatisch bei Bing suchen, wenn sie gerade auf dem Arbeitsplatz sind und eben nicht bei Google suchen. Deshalb hat Bing da auch auf jeden Fall sozusagen seine Daseinsberechtigung, wenn es um Search-Ads geht. Das ist dann auf jeden Fall auch eine super Sache. Was man auch machen kann, im Demand Capturing, dadurch, dass YouTube ja zu Google gehört und YouTube natürlich auch auf die Daten zugreifen kann, wonach Leute schon gesucht haben bei Google, kann man eben auch basierend auf vergangenen Google suchen oder auf Interessen von den Leuten auch wieder, selbst im Demand Capturing, richtig schön YouTube-Ads den Leuten anzeigen. Das heißt, Demand Capturing, Google-Suche, Bing-Suche, YouTube-Ads schalten. Was im Demand Capturing sich auch sehr schön eignet, ist Retargeting. Entweder Leuten, die schon mal irgendwie auf unserer Seite waren, schon mal mit uns in Kontakt waren oder eben solchen, die vielleicht vorher schon mal bei Google gesucht haben nach einem bestimmten Thema, diesen Leuten dann zum Beispiel Google Display anzeigen, anzuzeigen. Das sind so diese Banner-Ads, die ihr auch kennt, die man dann überall im Internet sieht. Man kann auch natürlich, wenn wir eine schöne Zielgruppenliste beispielsweise schon haben, von potenziellen Kunden, potenziellen Leads, kann man auch im Retargeting LinkedIn-Ads wunderbar machen. Ansonsten kann man noch sowas wie Native Advertising machen, das, was dann so auf so Nachrichtenportalen wie so ein Artikel aussieht, aber eigentlich kein Artikel, sondern eine Werbung ist. Programmatic Advertising können wir machen und so weiter und so fort. Das ist alles für den Fall Demand Capturing, wenn es eben schon ein Lösungsbewusstsein gibt. Ja, und ich hoffe hier mit diesen drei Schritten konnte ich euch sozusagen, ja, eine kleine Anleitung geben, wie ihr euch der Frage annähert, welches sind für euch jetzt die richtigen Kanäle? Ist es ein Problembewusstsein? Ist es schon ein Lösungsbewusstsein? Ist es Demand Creation? Ist es Demand Capturing? Und sind es dann eher die Feed-Medien, wo ihr Werbung schaltet, Facebook, LinkedIn, TikTok, YouTube? Oder sind es eher die Search-Medien wie Google, Bing, YouTube oder auch das Retargeting? Und ja, wenn das Ganze hier für euch ein spannendes Thema ist, wir können es gerne auch mal gemeinsam zusammensetzen und das für euer Angebot einmal durchgehen. Falls du vielleicht auch einen Sparring-Partner dafür mal gut gebrauchen kannst, um das einmal zu durchdenken für euer Angebot, melde dich gern bei mir. Ansonsten freue ich mich natürlich über einen Like, abonniere gerne auch und dann hören und sehen wir uns wieder hier in der nächsten Episode.